Musik Nordrhein-Westfalen befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Man redet hier in Nordrhein-Westfalen manchmal schon von einer Art neuen Industrialisierung, die vor allem durch die digitale Transformation zustande kommt. Und wir als Rheinische Post wollten wissen, welche Unternehmen haben sich bei dieser Neuaufstellung am besten vorgetan, wer schafft den Wandel in Nordrhein-Westfalen am besten. Die Teilnehmenden Unternehmen bilden einen wunderbaren Mix. Da sind ganz junge Unternehmen dabei, da sind aber auch alteingeführte Marken, die es seit mehr als 100 Jahren gibt, dabei, die es immer wieder geschafft haben, sich eben neu zu erfinden. Nicht an den alten Geschäftsmodellen festzuhalten, Produkte neu zu entwickeln, aber auch neue Wege beispielsweise im Vertrieb zu gehen. Das, finde ich, ist ein hervorragendes Abbild der Wirtschaftslandschaft in Nordrhein-Westfalen. NRW ist da einfach ein gutes Beispiel für den Standort Deutschland. Also hier so erfolgreich Strukturwandel geschafft zu haben, ist etwas, was auch für Deutschland an sich steht. Ich denke, wir können für Teile hier eine Blaupause für den Rest des Landes ziehen. Und es ist einfach auch eine ganz besondere Industrie hier vertreten, die wir mit diesem Wettbewerb auszeichnen möchten. Das ist unheimlich toll zu sehen, weil wir in Dortmund natürlich noch unheimlich mit Kohle und Stahl verbunden werden. Und für uns ist es unheimlich wichtig, den Transformationsprozess der Stadt und den Weg zur Technologie einfach auch als Unternehmen mitzugehen und auch zu gestalten und zu kreieren und als gutes Vorbild da voranzugehen. Ja, es ist klasse. Es spornt weiter an, in die Richtung weiterzugehen. Es ist ja auch ein Prozess, der bei uns auch jetzt weiter stattfindet, wo noch nach der reinen Herstellung die Auslieferung besonders energieeffizient und CO2-neutral gestaltet werden soll. Das sind ja jetzt die nächsten Schritte. Es spornt einfach an, mit Elan weiterzugehen. Es ist natürlich vor allem eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiter. Wir haben über 6.000 Mitarbeiter weltweit und das sind die Menschen, die den Erfolg von Althana wirklich prägen. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Und es war auch schön, wirklich zu netzwerken mit den anderen Unternehmen, die hier ausgezeichnet wurden. Ja, und wir fühlen uns natürlich tiefer wurzelt hier in NRW. Von daher auf jeden Fall eine runde Sache und auch nochmal vielen Dank. Und gerade, wenn es um das Thema zum Beispiel Personalrecruiting geht. Wir sind alle im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, um gutes, qualifiziertes Personal zu bekommen. Und da sind solche Wettbewerber, solche Preise sehr, sehr hilfreich. Es ist total spannend. Wir haben ganz viele nette Mitbewerber bei diesem Wettbewerb kennengelernt, die zum Teil schon sehr lange existieren, die eine lange Tradition haben. Und wir dies halt auch geschafft haben, einfach ihr Unternehmen mit der Tradition immer für die Zukunft vorzubereiten und dann in diesem Rahmen uns auch mitzusehen, wo wir als junges Unternehmen quasi auch mit so guten, erfolgreichen Unternehmen schon zusammensitzen. Das ist einfach wunderbar und es ist eine gute Kontaktpflege. Wir haben viele neue Kontakte geknüpft. Und ich denke, wir werden auch auf geschäftlicher Basis da in Zukunft was zusammen machen. Und ich denke, wir werden auch aufgeschäftigt, wir werden auch aufgeschäftigt,